zu einer weiteren folge mit dem luka und dem genau was machen wir heute wir bauen heute an deinem zug weiter vielen dank dafür nochmal ich weiß ich habe mich in dem letzten video schon bedankt bei revel für das sponsoring das es gab hier den harry potter hogwarts express als 3d puzzle mega cool vielen vielen dank und zum ende der ganzen serie des puzzle marathons hier gibt es natürlich dann von mir auch noch ein feedback denn jetzt macht der luka das ganze ding alleine ich helfe nur um die ganzen kleinigkeiten rauszumachen wie bei den rädern wir fangen aber mit denen jetzt hier an mit den sachen da muss noch was raus damit du das einbauen kann so ich gebe dir mal die bedienungsanleitung nimm mal nimm das mal weg bitte das tun wir mal auch hier an der seite den brauchen wir jetzt nicht den drucker brauchen wir auch nicht dann machen wir macht der papa morgen weiter mit so jetzt musst du gucken welche nummer du da hast oder machst du damit weiter 31 kleiner tipp mein schatz da stehen ja immer die zahlen drauf die würde ich nach unten machen also so ist ja jetzt oben ja und du jetzt die das dran machst machst du das so dran so das muss dazwischen also ihr könnt mir ja sagen was er wollte aber nichtsdestotrotz finde ich das für acht jahre echt ein bisschen crazy so ja aber das ist puzzle deshalb acht so guck dann hast du die zahlen nämlich unten okay so und das muss jetzt da auf die andere seite rein versuch mal so rum schön dass du das schön hier auch dran rücken so damit dann auch richtig fest so super jetzt musste das hier guck mal das wird glaube ich schwierig das machst du soll ich das machen okay dann geht mal her was ist der warm ich hab mich hier betet dann Dann musst du den Leuten noch mal erzählen, was du gemacht hast. Warum du dir da wehgetan hast. Nicht zu nah an die Kamera, sonst sieht man das nicht. So, da. Da, genau da. Ich bin hinterfällig auf dem Hof und auf dem Weg zur Oma. Mann, oh Mann, du machst Sachen, ne? Heute ist nicht mal da. Ne? Ne. Das habt du auch gesehen. Ja, das habe ich wirklich gesehen. So, ich bräuchte mal deine Hilfe, mein Engel. Ja, und was? Ich kriege das da nicht rein. Ich musste den hier nämlich wieder rausnehmen. Der muss das dann. Ja, und ich nehme das mal die Anleitung. Das will da nicht durch. Das eine kriege ich da nicht rein und jetzt kriege ich das andere da nicht durch. Warte mal. Das ist dein Problem. Ach so. Ja? Ja, nicht mein Problem. Und da mache ich. Und da mache ich. A, B, C, D. Just. Das wird da. So, jetzt haben wir es aber. Ja. Ja, das weiß ich, das wird hier rumgelegt. Und zeigt denn deiner. Wer kann da zuguckt gerade, Schatz. So. Guck mal. Das haben wir da schon mal. Super. Jetzt geht es weiter. Komm. Hier, richtig hin blättern. So. So. Hältst du die hier dann. Die mache ich. Gucken, wo die hinkommen. Der. Da habe ich. Die kommen jetzt da hin. Der soll da hin. Ja. Also hier. Oh. Egal. Im Prinzip ist es jetzt egal, welchen Reifen du wohin machst, mein Schatz. Also welchen. Ne? Wo der zum Fähig dann. Ne, das ist. Probier nochmal. Wie machst du das denn richtig? So. Ja, aber guck mal. Komm mal her. Ja. Oh, 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 oh. So, guck mal. Du hast hier ein Loch. Ja. Und das ist auch da. Und jetzt musst du das da durch. Erst das kleine. Und dann das große. So, genau. Zack. Weiter geht nicht. Jetzt auf der Seite. Hier. Legt dir das. Guck mal. Legt dir das so hin. Dann hältst du das mit der Hand fest. Super. Ja, ist richtig. Ja. Wir gucken heute mal, wie weit wir kommen. Also das sind jetzt noch Arbeiten, die wir im letzten Video gemacht haben. Ähm, die wir da hätten machen, die wir noch hätten machen müssen. Und, ja. Wir gucken mal, wie weit wir jetzt mit dem ersten Teil hier kommen. So. Mit der Seite. Ja, mit dem Teil jetzt, wo wir das auch machen. So. Zack, zack, zack. Super. Guck. Mit das sind wir fertig. Mit dem sind wir fertig. Genau. Papa stellt das hier hin. Und weiter geht's mit dem Teil C. A, B, C, D, E, N, T, H, I, J, N, L, N, O, B. So. Jetzt müssen wir. Genau. Jetzt müssen wir. Oh, jetzt wird's lustig. Guck mal. Jetzt geht's hier nämlich weiter. Da bin ich. Was brauchen wir jetzt hier für Zahlen? Ehm, 80, 80, 80, 30, 30. So, fangen wir mit der 80 an, okay? Ja. Wenn ich mich nicht irre, hatten wir die gestern hier schon. Und da hast du nämlich schon einen rausgenommen. Guck mal. Die brauchen wir hier. Ja, so, jetzt hab ich die schon raus. Einen hab ich. Du holst die großen raus und ich mach den kleinen hier raus. Und dann gibst du mir die dann immer. Ja. Nur vier? Ne, sechs. Laut dem Bauplan. Wo ist er? Wo sind andere Reifen? Hier. Oh, der wird nicht raus. So. Super. Dann legst du das große da oben wieder hin. Ähm, da hab ich die Bauch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ey, aufpassen hier. Du hast umgeschaltet. Oh. Sechs. So, ich such dann jetzt mal die 30, okay? Ja. Weil die brauchen wir nämlich auch. Ähm, die 30. Die 30. Da brauchen wir wie viel Stück? Vier. So, eins, zwei, drei, vier. Schwupp. Guck, guck, dass du die richtig dran machst, ne? Die ist falsch, oder? Ne, ist richtig. Super. Guck, geht doch. Oh, ich sehe schon was. Gleich müssen wir den Aufbau fertig machen. Oh, nein. Au, au. Ei. Ja. So. Guck mal. Wow, wow. Ich glaube, wenn wir das, wenn wir das noch schaffen hier, ich such das schon mal raus, die Teile, dann sind wir echt gut dabei, okay? Ja. So, wir brauchen, was haben wir denn hier? Also, wir brauchen die 19, die 18. 18, äh, dann fangen wir unten an. Die 21, die 21. Nein, da ist er nicht bei. Da ist er auch nicht bei. Ha, da. So. Die 21 ist das. Äh, da ist der aus. So, was brauchen wir noch? Was habe ich gesagt? Die 18. Die 18. Die 18. Also, das war... Die 26. Oh, ja. So, und dann noch die 19. So, wo kommen die kleinen... Ja, da bist du dann, musst du noch, okay. Guck mal, ist dir da was runtergefallen? Kann das sein? Ein Rad? Guck mal. Ja. Ja. Musst du dann machen. Soll ich dir dabei helfen? Ja. Ich mach dann die Teile. So. Das dauert, dass wir... Okay. Dann haben wir das doch schon mal. Also, die Räder musst du machen. Wollen die nicht? Nee. Was hast du aber schon gut gemacht bei den anderen Rädern? Danke. Und die 19. Hab ich. So, jetzt müssen wir die kleinen Räder hier noch dran machen, mein Hase. Ich hol dann die 10 und die 11 aus. Und der ist? Ja, warte. Können wir jetzt eins nach dem anderen machen, Schatz? Ja, such mal die 10 und die 11 aus. Die ist hier. Hier ist die 10. Denk dran, dann müssen wir... Dann nimm das mal da rüber. Dann gib mir die mal. Ja. Genau. So. Also, wir legen das mal hier so hin. So. Okay? Ja. Ja. Und jetzt da oben noch. So. Super. Und jetzt die 11. Super. Perfekt. Perfekt. Guck. Ich gehe doch so hoch. Jawohl. Und dann doch wieder. Wie weit dann du bist. So. Den Zug stellen wir jetzt schon mal da oben hin. Weil jetzt geht es nämlich hiermit weiter. Also. Jetzt machen wir hier erstmal alles raus. Was wir nicht mehr brauchen. Was Müll ist. Hier wird viel. Wir basteln auch viel. Wir machen Geburtstagskarten selber. Wir haben einen Plotter hier stehen. Und da kann man echt so einige schöne Sachen mitmachen. Und. Hier bin ich wieder. Da bist du wieder. Sehr gut. Ja. Ich bin hier schon die Kleinigkeiten am rausmachen. Bist du so weit? Ja. Aber wie weit soll ich denn sein? Ich muss ja hier erstmal den. Den Kleinkram rausmachen. Oder? Ja. So. Guck mal. Das haben wir schon. Muss ich die schon mal? Ja. Dann musst du jetzt mal gucken, wie du das zusammenbauen musst. Da stehen ja irgendwo. Hier steht eine Zahl drauf. Das ist die 18. So. Das hier ist die 21. Also fängst du damit am besten an. Und steckst die 21 mal. Ne. Erst die 26. Die 26 ist das hier. Guck mal. Die wird so zusammengesteckt. Guck mal, ob du das schaffst. Und ich mach hier mal den kleinen Minikram noch raus. Weil ich glaube, wir bauen als erstes nämlich die Lok. Die muss so nicht nitten werden. Ja. Brauchst du Hilfe dabei? Nein. Nicht die Tatsche. So schaffst du das, ne? Ja. Ich will ein Bufi ihn bauen. Ja, super. Wie bei mir in das Haus. Wie beim Lego, ne? Ja. Lego Haus. Und Stefan war heute auch noch im Testort. Ja. Und Stefan lädt uns das Bild auf den Bild da. Oh Mann. Stefan, Stefan, oder? Ja. Stefan. Aber... Muss das jetzt hier raus? Ich hätte keine Ahnung. Ja, das muss raus. Das sind die Fenster. So, wie mach ich das? Ja. Das muss so. Ja. So, wie muss ich das machen? Ja. Das muss ich das machen. Ja. Ja. Kann ich dir helfen? Soll ich dir helfen mal? Nee, ich sag das so. Okay. Ah, das muss hinten rein. Oder? Hm. Das weiß ich nicht. Ah, das ist nicht das. Yes. So. Boah, nee, musst du machen. Soll ich dir einmal helfen? Ja. Dabei? Okay, dann gib mal das mal her. Die Elf? Ja, der braucht... Hier, hier geht's gleich weiter. Die Elf? Wieso die Elf? Die Elf. Wo kommt denn die Elf? Ach so, ja, da. Moment. Da sind wir ja noch gar nicht, Schatz. So. Jetzt muss der Papa mal eben gucken. Oh, ich mach das. So, das. Das ist das. Da. Das muss erst so stecken. Oh, 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 das ist echt übel. Die Steckverbindung ist echt nicht schön. Warum? Weil sie so brüchig ist, bei so kleinen Zeilen. Ah. So. Ja. Einmal. Guck. Gesehen? So. Jetzt. Wie... Das. Das müssen wir mal gucken. So. Dann kommt das nämlich jetzt nach da. So. So. Okay. Und jetzt? Yeah. Hey. Das tut weh in den Ohren bei den Leuten, wenn die das hören, mein Hase. Das tut doch deiner zu. Moment. Ja, aber trotzdem. Moment. Jetzt hab ich... Ach so. Ah. Okay. So. Jetzt kommt der. Die 57. So. Und die 4. Die... Und die 43. Und die... Und die... 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 Ja, guck mal. So. Und jetzt? Und jetzt? Wichtig noch mal rausholen. Nee, wir haben ja hier noch was zu bauen. So. Jetzt? Wo kommt... Was ist denn jetzt die 11 hier? So. Okay. So. Und die 11. Da kommt das so. Und zack. So. So. Das... Ist so. Da müssen wir jetzt aufpassen. So. Jetzt müssen wir hier die 57 brauchen. Die hole ich aus. Weil... Weil... Wir müssen den ja aufsetzen gleich. Die hole ich... Die 7... Was haben wir jetzt gesagt? 57? 57. Ja, warte. Papa guckt eben, wo die 57 ist. Und die 27. Hier. 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 Ist das hier? Hier. Das ist die... Ach, da. Da oben. Ich hole die raus. Der hier. Der Streifen ist das. Ja, und dann gibst du dem Papa das. Weil dann müssen wir das Ganze ja auch... Und welche Normen? Erst mal... Erst mal die 57, bitte. Luca. Okay. Dann kannst du jetzt weitermachen. Guck mal. Hier. Wir stellen den mal darüber. Hier. Stopp. Nein. Hier. 43, 40, 27. Warte mal. Die 27 ist hier. Guck mal. Da. Die nehmen wir da schon mal raus. Zack. Nicht zusammenklappen. Weil dann geht das einfacher. Wenn man das hier liest. So. Was haben wir gesagt? Was brauchen wir? 27 haben wir. Die 40. Woll ich raus. Und die 43. Hier. Ja, Moment. Da. Das sind hier unten. Guck mal. Die 40 müsste das sein. Und die 43 ist das hier. Und Papa macht hier wieder den kleinen Mist raus. Ja. Ja, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge mit Harry Potter 3D Puzzle. Viens. Ja. Und ich bin.